Wir danken meine Damen und Herren, ein ganz guter Rett, das Platt ist von der, den HSR Spaceprim, verstecken 8 Jahre Fahrstuhl-Sahleiter integriert. Da ist nicht so ein großes Problem, sondern das ist schon mal vor zum Werk, bis man Aluminium, das Werkzeug, die Aluminium und so berührt. Die Karosse ist im Alum-Stamm-Rett-Profil, die nun ist Werkungfähig gefordert. Der Crashtest stellt sich heraus, dass diese Art der Karosse in möglichen Massen an die T-A-T-A-T. Da bin ich durch die Profilform bedingt. Ja, und seit 1998 gehört auch Lamborghini in seiner Karabolo-Sahle. Das sind zwei Autos und drei Jahre. In der Hauptsahle, in der Karabolo-Sahle, in der Top-Modelle, in der Karabolo-Sahle und in der Karabolo-Sahle. Und seit etwa zwei Monaten gibt Audi als ein Spazifistiker eines italienischen Kunststoffkontorabend.